jojo leute und hallo herzlich willkommen zu einem weiteren part von 2 wir haben letzte folge ja der minimum angenommen und dann wieder verloren durch eine kurzstadt macht und wie ihr seht ist nicht so gut bei denen sie fliehen truppen ganz viele weil sie kein werden sie irgendwann über rennen haben sie noch eine streitmacht aber wenn die herkommt da sind sie auch geschwächt das sehen sie das einzige was sie wusste nicht ja da hat auch kein truppen mehr ziemlich die truppen aufgestellten und wir schauen jetzt mal wie es hier so wird weil er dir hat er ganz kriegen allein genommen fast außer nervös und politiker ja da kämpft immer noch aber hat gar keine chance ich bin der hell Ja, 10 Runden, weil der Lappenliste da kaputt gemacht hat. Finde ich nicht in Ordnung. Bernden wir mal hier runter. Oh, die haben Essen wieder. Wie soll ich sie? Schade. Scheiße. Aber die haben die Hälfte ihre Flagge da verloren. Also das ist schon eine Menge. Eine neue politische Intrige hat sich entwickelt. Intrige, Beförderung. Andere Häuser, Ziel, Sektos, Oktarwässer, Kreativartei, Andere Häuser. Okay. Okay. Wie kommt der Adoptieren da. Und der weiß. Hm. Was bringt das bitte? Nichts. Ah. Das ist echt. Oh, Händler bestechten. Jawohl. Echt? No money. 20 insgesamt. Weiß nicht wieviel an. 10, 8, 9, 10, äh, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, okay. Eure Befehle? Hm, 9 haben wir nicht. Da auch nicht, ähm. Okay, ja. Sparta. Die Faktor wurde vernichtet, Sparta. Verschleiß. Einfach Tschünschläger auf. Kolchis. Da. Libyen macht sehr viel Geld und Afrika. Ah, du weißt scheiße. Mauritanien? Ah, du heilige. Ich weiß nicht mal so 2000, sondern immer nur 1000, aber sagen wir mal so, und unsere, äh, Wirtschaft. Ja, ihr könnt auch, äh, Themen anschreiben, ähm, über was ich reden soll. Können die natürlich auch machen. Äh, äh, schauen wir mal hier in die strategische Karte. Oh, Pergamon hat hier mal drei Sachen erobert. Ja, wir sehen, Aridai hat hier Griechenland erobert, also Makedonien und Hellas. Äh, äh, Drakien nicht so, ähm, aber Illyria haben sie halb, Makedonien haben sie eigentlich halb. Ja, ja, Libyen ist eigentlich ganz gut. Wer ist hier, ja, Knossos. Mahlou. Wien. Ruma. das ist das ist ja ganz griechen krieg hier sehr gut wir können verstand gut da hat es nicht so weil wir nicht haben gab es aber gut ist gut ist gut ich weiß nicht so genau wo ich jetzt genau eigentlich hier die liria annehmen oder die zwei städte ist notiert und dann würde ich mal nach lärmster geht nur mit der legge zwei kreizia nicht alles einnehmen vielleicht mit mir vielleicht mit dem legio legio der roma ihr könnt auch schreiben wie ich die allen armeen vielleicht nennen soll zum beispiel halleluja oder so ist mir das eingefallen wenn ich einer mir halleluja anstatt immer legio 1 roma und legio 2 legio 3 legio 4 roma so nennen ja eigentlich müsste gleich hoch äh legio 1 sitar ja heißen aber ich weiß nicht alle drucken rum als ein wie gesagt ausgebildet die alle in italien sind die schiffe weiß ich jetzt nicht so vielleicht vielleicht die meere wir haben alle die wir uns mal die jahre ja ja mache afrikum mache reagierung Da haben wir keine Leute, die gelevelt haben, haben ja nicht mehr die Runde. Oh, wenn ich sehe, dass wir angegriffen werden. Wir ziehen uns zurück. Jetzt haben sie wieder kein Essen, jawohl. Das finde ich wieder am Geist. Ich habe hier wieder kein Essen. Irgendwie keine Chance, aber... Ja, hi Leute. Wie ihr gerade festgestellt habt, ist das Spiel abgeschmiert. Wir belagern noch Ibidamos, also wir sind wahrscheinlich noch Runde 63. Ich werde mal schauen, welche Runde wir waren. So viel hat sich verändert, Autospeicher gibt es ja zum Glück. Ich liebe Autospeicher, weil Leute merkt es euch. Macht Autospeicher an, weil dann passiert sowas und dann seid ihr in 80 Runden wieder da, obwohl ihr schon in 200 Runden seid. Also, macht es lieber Autospeicher an. Ich zwinge keinen, das anzumachen. Ich würde es tun. Ich habe Befehl abbrochen gemacht und dann ist es abgeschmiert, wie ihr gesehen habt. Aber ich hoffe, es wird nicht mehr passieren. Zum Glück gibt es noch ein Autospeicher. Ich speichere jetzt das komplett. Wir wissen wahrscheinlich eine Runde später oder so. Runde 63 sind wir. Hat sich jetzt nicht viel verändert. Der reduziert noch, also wahrscheinlich nur eine Runde noch, weil die haben uns ja noch angegriffen und die haben ja Essen. Und hatten ja da kein Essen mehr. Ja, also vielleicht, also es hat jetzt nicht viel geändert. Also wir haben jetzt keine Stadt verlieren, verloren oder gewonnen oder so. Ähm, nichts passiert. Nur eine Runde oder zwei Runden verschoben oder so. Und ich würde es jetzt nur mal sagen. Macht lieber Autospeicher. Ähm, auch noch. Und, ähm, ja. Ich würde es nur sagen, das Spiel abgespielt hat. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dann. Bis dann. Und bis dann. Bis dann. Bis dann.